Ich glaube, hast du irgendwie Connected Textures oder sowas an? Nee. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Moment. Hier kann man auf jeden Fall rüberspringen. Ich spring mal. Vielleicht soll man einfach, dass es so schwer zu erkennen sein. Da unten steht ein Minecraft mit Kiste. Also ich bin jetzt durchgesprungen und Minecraft mit Kiste. In der Kiste ist aber nichts drin. Gebe deine Diamanten in die Lore und drück dann den Knopf. Halt, halt, halt. Ja, genau, okay. Aber ich drück noch nicht den Knopf. Ah, dahinter ist der Knopf. Und hier kannst du was pflanzen. Ähm. Hast du den Knopf gedrückt, wenn du den da reingelegt hast? Ja. Nee, ich hab den noch nicht gedrückt. Ich hab den gedrückt. So. Kannst du was pflanzen? Gute Frage. Oh. Hier sind Dispenser drin. Aha. Ja. Okay. Jetzt hab ich hier so einen Oaksepping. Ich hab auch einen Baum. Aber... Ach, ich glaub wir müssen jetzt hier überall was drauf pflanzen, oder? Kommt jetzt irgendwie Bohnen wieder raus oder so, wenn ich hier rüber laufe? Ich weiß es nicht. Äh, mach aber mal ganz kurz wieder Timeset Null. Denn hier ist wieder ein... Äh... Oh, ah, Entschuldigung. Das war der falsche. Das war jetzt Sonicbox. Und schlafen. Aber das war irgendwie ne komische Decken-Test, ne? Also, irgendwie hab ich den jetzt auch nicht so ganz... Äh, naja. Ja, ich glaub es sollte einfach so ein bisschen... Wo bist du denn? Ich versuch, äh, gerade Dinge aus Dispensern zu bekommen, weil wir ja nichts aus Dispensern nehmen sollen. Aber wir sollen ganz viel pflanzen auf dieser grünen Treppe. Hä? Und deshalb vermute ich, dass ich jetzt einfach mal hier auf jeden einen Baum pflanze. So, und... Nein! Wie soll ich denn da einen Baum pflanzen? Achso. Also hier... Ich geh mal erstmal hier drauf, denn... Wieder acht Diamanten. Oh, okay. Aber warum sollten wir die in die Lore legen? Achja, eben war ja so ne Aufgabe, die... Bleibt mal da stehen, bleibt mal da stehen. Hier ist... Ein Schwamm. Tolles. Ein Schwamm ist schon mal gar nicht schlecht. Was hab ich bekommen? Buhnmehl. Aber ich bekomm das nicht. Äh, Buhnmehl wär gut, wenn wir das... Also ich... Eigentlich darf mir da nichts aus dem... Dispenser nehmen. Dings aus dem Dispenser rausnehmen. Aber... Ähm... Ja. Ich bekomm die ja nicht mal, wenn ich so durchgeh. Ah, okay. Ich bin hier. Da bist du da hinten raus? Da bist du hier? Ja, lol. Wirf mal bitte das Baum hier runter. Ich mach mal die Bäume groß und dann können wir von da da rüber hüpfen. Ah, okay. Wir sollen über die Bäume sprechen. Aber eigentlich ist doch hier... Sind doch hier Leitern. Hier sind Leitern? Ja. Diese Leiter hier, ne? Äh, vielleicht ist das irgendwie der Startpunkt auf die Bäume. Ah, okay. Ja, wir müssen also über die Bäume springen. Ja, sag ich doch. Äh, ich spring mal kurz zurück und baue mal die Bäume auf. Bäume, bitte. Bäume. Ui, das funktioniert ja gut. Mensch. Das geht nicht, wenn die so nebeneinander stehen, ne? Das geht gar nicht. Nja, jetzt komm ich da oben an den Baum nicht ran. Och, Menno. Baum. Ah, da hatte ich eben ganz... Ach du... Oh Gott. Wie sollen wir denn da raufkommen? Ähm... Wir dürfen Leaves kaputt machen. Aber das bringt uns, glaub ich, herzlich wenig, oder? Also ich hab jetzt ernsthaft nur noch 64... Also mein Brunnel ist leer. Guck mal, man schafft ja auch alles bis auf den letzten da hinten. Ja. Aber dazu muss man halt ein Stückchen höher, weil die Bäume immer unterschiedlich sind. Okay. Aber Holz dürfen wir, glaub ich, nicht abbauen. Ähm... Wollen wir das überspringen? Glaube ich auch. Also, ja. Also wir haben es nicht ganz verstanden, was wir hier machen müssen. Wenn ihr das wisst, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was wir hier hätten machen sollen. Ich zippier mich gleich. So, ich bin, ich bin oben. Ich guck mal kurz, ob ich richtig bin, weil hier geht's einmal diesen Weg. Oh, das war noch nicht ganz richtig. Okay. So, hier. So, und jetzt soll das... Ja, hier oben wäre man ja irgendwie angekommen. Hm? Hier oben wäre man ja irgendwie angekommen und... Ja, guck ich auch mal. Und jetzt laufen wir hier runter. Lauf, 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 lauf. Oh, ein Canyon. Eieieiei. Okay. Der hat, glaub ich, aber irgendwie nichts zu sagen. Nö, glaub ich auch nicht. Ich lauf. Aber... Oh, juh, juh, juh. Hier hat's auch rüber. Ich bin rübergekommen. Okay. Dann probier ich das auch mal. Oh, guck mal, hier steht... Gut. Oder... Ist das nicht ein 6? Ne, ein G, ne? G, 6. So, und... Ah, hier hätten wir vielleicht... Ich glaube, wir hätten durch den Canyon springen müssen, oder? Guck mal, nö, hier geht's eigentlich raus. Wenn wir... Ich denke mal irgendwie, aber... Hm, haben wir nicht. Na gut. Ja, weil die Zäune da waren, ne? Mhm. Nein, man konnte da ja durch. Man konnte da ja dran vorbeilaufen. Warte, ich mach das einfach mal. So. Okay. Okay, das mach ich doch nicht. Jetzt kannst du wieder hochschwimmen. Viel Spaß. Na, ich bin nicht. Ich gucke schon mal ein bisschen weiter, was da hinten noch steht. Vielleicht ist ja noch irgendwas superinteressantes. Hier geht's auf jeden Fall an dieser Gutschrift vorbei. Jump and Run Test. Eieieiei. Oh, Göttchen. Und es geht los. So. Äh, ich komme. Ein Timeset 15.000 und einmal schlafen, falls wir beim Jump and Run unser Leben verlieren. Das wäre ja fürchterlich schade. Oh, ja, ein Glück, dass du noch reingekommen bist. Ja, na klar. Und wir schlafen mal wieder. Ich bin aber mal gespannt, wann wir die Diamanten wieder bekommen. Weil... Nein. Die haben wir in die Lore gelegt und dann war die Lore weg. Okay, sehr kreativ. Oh, das war knapp. Oh, hier ist die Decke über dir, ne? Oh. Oh, solche Sprünge sind mies. Ich sneak mich mal ein bisschen weg. Ah, verdammt. Nein. Nein. Man muss total gegen die Decke springen. Also, wir können das beide perfekt, wie ihr seht. Warte mal. Von dort... Kann man hier irgendwie... Ähm... Ich glaube, man sollte irgendwie auf das Grüne kommen. Ach so. Ich vermute es jetzt einfach mal. Ja, ich hoffe mal. Ich brenne leider noch. Okay, Feuer dürfen wir ja nicht ausmachen. Äh, hast du es überlebt? Ganz knapp und ich bin tot. Oh, da bist du in Lava geschwommen. Aber ich habe jetzt zum Glück mein gesamtes Inventar. So, ich bin jetzt hier rüber. Scheiße. Und jetzt hier. Du kannst dich jetzt noch kurz porten. Weil sonst springe ich gleich weiter und dann wird es relativ gefährlich. Oder du versuchst es einfach nochmal so. So, und hier über mir habe ich zum Glück auch mal kein Deckenproblem. Oh, Mann. Ah, ich glaube, man sollte schon wieder hier runter, oder? Hier kann man nämlich auch nochmal so rüber springen. Na, ich habe jetzt aber schon mal bei diesem Eisenteil habe ich das schon mal ein bisschen weiter geschafft. Okay. Also einfach so mit durchrennen. Oh, ja, durchrennen ist da glaube ich die beste Möglichkeit. Und dann auch noch irgendwie mit Leertaste drücken. Nein. So, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt gegenüber vom Bett. Oh Gott. Einmal rum. Und ein langer Sprung. Und rüber. Guck mal, wer hier ist. Hallöchen. Und du hast einen Schwamm. Ah, ich bin da. Hallöchen, guck mal hier. Aber ich brenne immer noch. Hier geht es noch weiter. Lauf einfach unten weiter. Du musst da nicht direkt drüber springen. Du kannst jetzt auf den Stein. Und dann über den Stein. Das sieht echt sehr gut aus gerade, ne? Über den Stein kommt man hier rüber. So. Ach nee, runtergefallen. Nächster Versuch. Hier geht es gar nicht gut rum. Okay. Ich bin da. Alles klar. Oh, Labyrinth ist jetzt glaube ich, oder? Oder sowas ähnliches zumindest. Ich bin ganz knapp davor runtergefallen. Aber das ist so schwer. Sollten die eigentlich nicht mehr sein? Nee, aber das war ein blöder Fehler. Ein Sprungfehler. Gehen und strecken. Nein. Ach. Immer beim letzten. Ich bin ja gestern von Großbritannien wiedergekommen und irgendwie doch noch ein bisschen müde gewesen. Ich habe bis um elf geschlafen. Au. Also auch nicht viel kürzer. So. Jetzt sind wir hier im Labyrinth. Labyrinth. Äh. Okay, gut. Da wirst du nicht runtergehen. Lieber nicht. Kein Interesse hier runterzufallen. Oh, hier auch nicht. Hier auch nicht. Alles klar. Also das ist ja richtig hier mit miesen Lücken im Boden. Ich habe einen Schwamm gefunden. Einen Schwamm, okay. Ach. Diamanten wieder mal. Vielleicht brauchen wir irgendwie so einen Hebel oder sowas, damit wir irgendwas aktivieren können. Ich glaube, wir müssen einfach nur, okay. Oh. Hier bist du. Hallöchen. Ich glaube, wir müssen einfach nur den Ausgang finden. Vermute ich auch. Und hier ist das nicht das, wo ich gerade war hier? Glaube zumindest. Ne. Das ist. Wir sind die ganze Zeit über diesen. Ich habe noch einen Schwamm. Mit wieder acht Diamanten. Okay. So. Ich gehe durch. Hier rum. Und hinter die her. Wo es hinter die her bringt eigentlich nicht all zu viel. Hier vielleicht. Ah. Gefunden. Gefunden. Oh. Warte. Warte. Du hast drunter gefallen. Bleib kurz stehen. Ich muss mich ein bisschen nach deinem Namen orientieren. Dann finde ich hier auch nochmal schnell. Finde eine Stelle, wo der Schalter hinkommt. Okay. Ich habe einen Hebel. Bist du hier richtig? Ja. Ja. Okay. So. Und einmal schlafen gehen vorher noch. Ja. Ja. Ah. Okay. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo wir den Hebel anbringen sollen. Mhm. Dann ist nämlich so ein Obsidian Block. Na gut. Das ist ja relativ offensichtlich. Also wenn wir ja alles ausprobieren müssten. So. Und da renne ich im Pinguinkopf rum. Äh. Äh. Hast du ihn gedrückt? Ja. Vielleicht ist es einfach so offensichtlich, dass es nicht so offensichtlich sein wird. Ah. Ah. Okay. Und das überlebt? Ja. Sollte man, ne? Ein Schwamm ist auf jeden Fall auch anwesend. Wieder mal mehr Diamanten. Okay. Und jetzt wird es nochmal gefährlich. Na. Was ist denn? Hier ist Wasser. Hier ist Wasser zur Not. Und dahin ist auch welches. So. Da steht ein Block am Weg. Oh, ein Dreiersprung. Dreiersprung ist ja noch okay. Vierer. Äh. Ist ja noch okay. Ja. Ich hab gut reden. Gleich reingefallen. Was ein Dreiersprung. Man kann ja sogar Vierersprünge schaffen. Aber da muss man irgendwie so hoch gucken. So ganz komisch. Also das ist nicht einfach. Äh. Weiter geht's. Ne tief in der Map hinein. Hier ist richtig. Da ist man nur, wenn man runterfällt hier glaube ich. Ich brenne dummerweise noch. Ach. Jetzt ist es vorbei. Geschafft. Und. Geschafft. Nein. Oh. Ich war stand auf dem Block und bin wieder so rückwärts runter gefallen. Hä. Was ist das jetzt hier. Hier steht jetzt ein Zaun irgendwie. Kommt man hier rum. Ne oder. Oh mein Gottchen. Das war ganz schön knapp. Und. Ich finde den Respawn Punkt hier nicht. Hier ist ein Schalter. Guck mal. Ich kann den Schalter von hier drücken. Äh. Ja. Sicher dass wir Command Blöcke anhaben. Jaja. Das ist ja hier alles mit Pistons. Drück nochmal. Ach ja. Ah. Dann fehlte wahrscheinlich. Warte. 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 Ich lauf hin. Und ich drücke. Er ist jetzt oben. Jetzt ist er wieder unten. Hörst du irgendwas. Ich hör was. Ich hör einen Piston. Jaja. Da oben irgendwie. Bei uns. Ist das irgendwie noch ein Schalter den wir dann umlegen müssen oder sowas. Könnte fast möglich sein. Hier ist ein Lava Dings. Ja. Genau. Ja. Genau. Lass ihn so nach. So oder. Nein. Ausfahren. Das andere. Okay. Gut. Ausfahren. Also runter. Dann komm jetzt wieder zur Tür. Einfach zur Tür hin. Und dort. Fängt nämlich auch nochmal ein kleines Jumpin wandern. Okay. Hier geht es irgendwie über die Zäune. Zurück. 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 Sag nicht. Wir müssen uns hier opfern und in Lava springen. Das wäre ja mal richtig mies. Nein. Aber erst über diese Leite. Dann über diese. Hier. Ah. Da ist ein Schwamm. Brauchst du den mal kurz ab. Ich komm da nicht an. Du kommst nicht an? Vielleicht von hier oben. Guck mal. Man kann. Nein. Da bist du von uns gegangen. Ach scheiße. Ich habe es nicht geschafft. Ja. So. Ja. Inventory. Hätte das vielleicht klappen können. Ja. Ich habe ja auch noch alles. Ich sehe es. Mist. Von oben kommt man auch nicht ran. Das geht auch gar nicht. Oh man. Und wo ist eigentlich die Lore angekommen mit unseren tollen Diamanten? Irgendwo. 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 Nussbrenner. Ja. Oh man. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich will hier nicht wieder runter springen. Weil ich dann das Stamm mit Wandern so ein bisschen nochmal machen muss. Ach weißt du. Das ist doch nur Score. Ist doch nur Score. Braucht doch keiner. Na eben. Und hier wird es dunkel. Richtig richtig dunkel. Muss ich mal sagen. Und jetzt kommt ein Gold Block Raum irgendwie. Ich mache mal gerade Nacht. Time set 15.000. Und da bin ich. Wo dann? Ah ok. Da dann. Oh jetzt ist es stark finster. Hier. Ich lege mich schon mal in ein Bett. Ich backe fest. Hilfe. Irgendwo. Hellaber oder? Ne. Ich wollte da so. Ganz locker reinspringen. Oh mein Gott. Jetzt ist halt in dunkel. Ich könnte werden hier übersehen wie irgendwas. Ich auch. Und den Score. Den haben wir eh schon übersehen. Ne. Hoffentlich war es. Hier ist die Lore. Ne Lore. Ja. Ich weiß. Ach die Lore. Also die Lore. Ja. Ich packe mal die Dias dazu. Ne. Wenn wir den Knopf drücken. Fährt die zurück. Bin ich der Meinung. Oder? Lass uns das mal als evental nehmen. Ich habe alles reingenommen. Damit wir hier zur Not. Falls wir sterben. Halten wir es ja eh. Haben wir ja so eingestellt. Genau. Mal kurz schlafen bis zum nächsten Morgen. Dabei müssen wir mal gar nicht durchschlafen glaube ich. Naja. Aber dann wird es Tag. Dann wird es Tag. Hier ist wieder ein Schwamm. Oh. Ein Schwamm in der Dunkelheit. Mit einem Schalter. Schalter. Ein Schalter. Das ist ja richtig wichtig. Der Schwamm. Und hier geht es dann auch gleich weiter. Das nächste Jumper Dwan. Ich muss sagen. Dieses Mal. Meistern wir Jumper Dwan echt annehmbar. Als in den anderen Adventure Maps. Ihr könnt ja mal reingucken. Vielleicht verlinken wir euch am Ende im Outro auch noch ein paar andere. Die wir mal gespielt haben. Mhm. Auch wenn das alles lange her ist. Dass wir Adventure Maps gespielt haben. Auf jeden Fall. Ja. Äh. Nein. Das ist echt schon lange her. Aber. Ich hoffe euch gefällt das auf jeden Fall mal wieder. Dass wir mal wieder hier in Adventure Maps unterwegs sind. Genau. Also in nächster Zeit werden wir öfters mal so Minigames, Adventure Maps und so spielen. Ganz genau so ist es. Nein. Der letzte Sprung. Jaja. Wie der Fingerdecke. Ach super. Wenn ihr da auch gute kennt. Dann einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Denn. Äh. Ja. Bis Global World 2 ist es ja noch etwas hin. Mhm. Bis die 1.8 da richtig erschienen ist. Und wir die. Und die Spielbar funktioniert. Ah. Jetzt hab ich es auch geschafft. Und jetzt nochmal um die Ecke. Uh. Oh. Auch geschafft. Okay. Das ging. Und. Zack. Oh hier geht es noch weiter ne. Das. Wenn wir jetzt hier sterben wäre auch nicht so schön. Ach ne. Dann können wir glaube ich irgendwo hochklettern. Und. Ja. Geschafft. Yay. Ich bin auch drüben. Also es geht eigentlich. Das war zu überleben. Würde ich auch sagen. So. Und jetzt hier geht es gleich weiter über solche Steintürmchen. Oh. Ganz clever gelöst. Die Redstone Leitung versteckt. Haha. Die Repeater hier unter den Falltüren. Na. Na. Tolle Wolle. Next try. Gleich nochmal rauf. Und hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Und nochmal. Na gut. Verdammt. Ich dachte man könnte auf die ähm. Auf den Zaun rauf gehen. Aber da wurde doch mitgedacht. Da hängt der. Da hängt der eine hier irgendwie drüber. Oh. Ich bin am letzten hier schon wieder. Mann. Mann. Hier kommt man auch nicht rein. Hier steht es ein Baum im Weg leider. Da. Untertitelung des ZDF, 2020